Wo finde ich welchen Arzt? Für Sie kein Problem mehr, denn Sie betreten das Ärztehaus von Deutschlandmed. Hier finden Sie mit einer komplexen Ärzte-Suchmaschine alle Ärzte im Bundesgebiet, die sich mit eigener Homepage im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ausführlich vorstellen, samt Fachrichtung, Serviceleistungen und Bereitschaftsdiensten. Machen Sie Ihre Behandlungstermine online aus und kommunizieren Sie mit Ihrem Arzt per E-Mail. Mit einer hochperformanten Landkarte finden Sie jede Praxis schnell und einfach. Für die Praxis haben Ärzte die Möglichkeit, Patientenaufklärungsbögen aufzurufen und auszudrucken, um ihre Patienten optimal zu informieren. Der Dokumentationsteil ist für die Krankenakte, damit sind Sie juristisch auf der sicheren Seite. Weiterhin finden Sie im Ärztehaus Adressen und Ansprechpartner ärztlicher Organisationen, Verbände und Fachgesellschaften. Und Sie können mit lokalen und regionalen Vereinen kommunizieren und sich per Intranet über aktuelle standespolitische Fragen informieren und austauschen.